Hallo meine Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijablaws. Heute möchte ich euch ein H&M Try-On Haul zeigen. Ich habe sehr viele Sachen online, aber auch in den Shops eingekauft. Diese sind so schöne Sachen, so dass ich euch alles zeigen möchte. Dann fangen wir sofort mit dem Video an. Als erstes möchte ich euch zwei Röcke zeigen, die mir sehr gefallen haben. Mit den Rücken habe ich auch einige Outfits, ich glaube nur ein Outfit genau, auf Instagram gepostet. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, so dass ihr einige von diesen Sachen, die ich jetzt zeige, auch kombiniert seht. Weil jetzt zeige ich euch nur Try-On, ich ziehe es an und kombiniere es nämlich gar nicht. Ja, kommen wir zu dem Rock. Das ist hier ein Maxi-Rock sozusagen, der hier an der vorderen Seite in der Mitte Knöpfe bis zum Ende hat. Ich zeige euch auch den anderen hier. Das sind zwei verschiedene Mustern. Einmal hier mit einem Pink-Blau und hier ist das so ein Multicolor-Rock. Ja, eigentlich kann ich viel dazu nicht sagen. Bei dem sind die Knöpfe jetzt weiß passend und bei dem sind die Knöpfe in einem Dunkelblau, so passend zu dem Stoff. Ja, dass man das sehr schön in die Röcke reinstecken könnte. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Und die Farbe hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Und das Beste war hier, der hat nur 4,99 Euro gekostet. Da ich eine H&M-Clubkarte habe, habe ich das sogar für 50% günstiger bekommen, so dass es unter 3 Euro war. Ganz schön basic, aber auch ganz cool günstig. H&M hat gerade so richtig schöne sommerliche Stoffe, so dass man da drin nicht schwitzt. So luftig und leicht. Und einer dieser Stoffe sind hier diese Kreppstoffe. Ich nenne jetzt Krepp, aber ich weiß nicht, ob das wirklich Kreppstoffe sind. Aber die knittern nicht, die halten nicht warm. Die sind, wie gesagt, so luftig und leicht. Ich hatte genau das Oberteil, was ich jetzt euch zeige, in einem... Es ist, wie gesagt, genau derselbe Stoff, wie das andere Kleid. Und es ist einfach so schön. Genau in demselben Stoff, was ich versuche, euch zu erklären, aber es scheitert leider. Aber genau in dem Stoff, was ich jetzt eben gezeigt habe, habe ich auch ein Maxi-Kleid. Den habe ich in der Größe 36 gekauft. Die Größen sollte ich, glaube ich, auch mit nennen. Sorry, werde ich auch in der Infobox schreiben, bei denen, die ich das nicht genannt habe. Es ist ein Maxi-Kleid, was ihr auch in meinem letzten Lookbook hoffentlich gesehen habt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr ja bei dem Lookbook reinschauen. Dies habe ich auch in der Infobox verlinkt. Aber es ist ein Maxi-Kleid, das blickdicht ist, so dass man nichts darunter anziehen muss. Und die Farben sind so schön. Also ich finde, das ist genau was für den Sommer. Es ist in einem, also der Hintergrund ist auch weiß und dann auf dem weißen Hintergrund sind sehr viele verschiedene Blumen. In grün, rosa, weiß und blau. Genau. Und das sieht einfach so schön aus. Ich finde es, wie gesagt, ganz toll. Und es ist sehr bequem anzuziehen, da man da drin ist. Und die Länge hat mir super gepasst. Aber passt auf, ich bin 1,8... Ich hätte gerne, dass ich 1,80 bin. Ich bin 1,60, sogar knapp unter 1,60. Und bei mir hat es genau gepasst. Und ich könnte mir vorstellen, bei denjenigen, die etwas größer sind, als ich, dass es ein bisschen zu kurz sein könnte. Das Kleid ist von oben bis zu der Mitte beknöpft und ist eigentlich ein Maxi-Kleid, was gerade geht. Nur am Ende hat er Volant, das kann ich euch mal zeigen. Hier am Ende ist das so, so fast ab den Knien. Die Farbe hat mir sehr gefallen, weil ich mag Gelbtöne, aber es ist wirklich so ein Grün-Gelb und ja, so ein Senf-Gelb-Grün-Gelb-Mischung. Und das sieht sehr schön mit braunen Kopftüchern an, was ich gerne trage. Der war aber nicht relativ so günstig wie das andere Kleid. Der hat 34 Euro gekostet. Ich nenne euch immer jetzt die Preise, bei denen ich mich noch erinnern kann. Sonst könnt ihr ja selber in der Infobox auf den Link drauf gehen. Ich finde bei H&M am meisten diese Sachen. Ich glaube, auch die ganzen Kleider, die ich euch gezeigt habe, sind von H&M Trend. Einer von diesen Artikeln aus H&M Trend ist auch hier dieser sehr, sehr dünne Mantel. Trenchcoat würde ich den sogar nennen. In dieser schönen weiß-beige Farbe. Also Elfenbein-weiß würde ich das sogar nennen. Dessen Ärmel auch ein bisschen Fledermaus-artig ist. Seht ihr? So weite Ärmel hat der. Das ist so ein langer, wirklich fast Maxi-Trenchcoat, aber doch schon etwas kürzer. Innen hat der so einen versteckten Gurt, würde ich es nennen, damit man das so ein bisschen figurbetonter machen kann. Ihr wisst, wie das alles so aussieht, aber ich zeige es euch ja auch getragen. Ich habe das in der Größe XS gekauft und regulär hat das eigentlich 100 Euro gekostet. Was ich aber nur für 20 Euro gekauft habe, ist schon Schnäppchen, meint ihr nicht? Ja, aber noch weiß ich nicht, wie ich das kombinieren werde, aber ich fand einfach... In einer meiner Lieblingsfarben beige. Ich habe das in der Größe 40, damit der etwas länger ist. Dennoch ist der kurz, sodass ich den nicht von der Tiley anziehen kann, sondern ich müsste den schon relativ nach unten zu den Hüften ziehen, damit der lang genug ist. Sonst sieht man zu viel von den Beinen, was ich ja nicht mag. Aber sonst hat mir das sehr gefallen und preislich hat das mir auch gefallen, weil er nur 14 Euro gekostet hat. Ja, ihr könnt mal schauen. Zu einem weiteren Maxi-Rock, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob ich den behalten werde. Es ist nämlich ein Rock, was nicht wirklich 100% zu meinem Stil passt, würde ich jetzt mal so nennen. Es ist nämlich relativ schick. Ich ziehe gerne, wie ihr wisst, so schick und sportlich-klassig so zusammen an, so eine Mischung daraus. Und ganz schick ziehe ich mich eigentlich nur auf Hochzeiten und besonderen Tagen an. Aber sonst bin ich eher eine Person, wie gesagt, die sich bequem anzieht. Und das hier ist ein Rock, ein Maxi-Rock, was mir eigentlich sehr schön gefällt. Also vom Muster her finde ich es sehr schön. Es ist wieder ein Blumenmuster, aber schon so ein Bohem-Star. Wie ein Wickelrock aussieht, aber es ist kein Wickelrock zum Glück, weil sonst würde das ja immer, wenn wir gehen würden, aufgehen. Und das ist ja nichts, was wir wollen. Aber es ist in einer Optik, als Ob. Ich weiß nicht, ob ich das so zeigen kann. Ja, und stoffmäßig ist es schon so ein fast Seidenstoff, würde ich sagen. Ich habe mir das in der Größe 38 gekauft. Der war auch relativ günstig. Ich weiß noch nicht, ob ich es behalten soll oder nicht. Eigentlich hätte es mir gefallen. Einerseits nicht, einerseits doch. Aber lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Soll ich das behalten oder sagt ihr auch, nee, das passt nicht zu deinem Stil. Ciao. Ich möchte euch zwei Sandalen zeigen. Einmal ist das hier dieser beige Absatz-Sandalen-Teilix. Schreibt mir mal, was bedeutet Teilix auf Deutsch. Nicht Mules, sondern was heißt das? Genau. Sandalen mit Absatz. Sandalen, die hier hinten geöffnet sind. Hilft mir mal. Ja, die habe ich in meiner eigenen Größe gekauft. Ich finde die Farbe sehr schön. Ich finde den Absatz sehr schön, weil das einfach so ein Blockabsatz ist und sehr bequem ist. Ich habe nur gute Erfahrungen mit diesen Absätzen. Die Farbe, wie gesagt, passt zu allem wieder. Das ist so. Teilig. Es sind hier diese ganz grell gelben mit sehr viel Perlen auf der vorderen Seite. Diese Perlen zeigen es schon sehr, sehr schick, aber ich könnte mir das sehr schön mit dennoch so lässigem, bäsigem Oberteil vorstellen. Ich finde die Farbe ist so schön und ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich sage zu oft, ich finde, sorry. Und ich denke, das würde sogar mit sehr dunklen Jeans, Marm Jeans sehr gut aussehen. Deswegen werde ich die 100% behalten. Die waren auch sehr günstig. Ich habe drei Blusen gekauft, drei gleiche Blusen in verschiedenen Farben. Die waren so günstig. Die waren unter 4 Euro. Wirklich unter 4 Euro. Ich glaube 3,99 Euro und so günstig. Deswegen habe ich mir die direkt in drei verschiedenen Farben gekauft. In beige, in grün, kaki grün und in schwarz. Es ist so eine Seidenbluse, was in sehr, 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 sehr dünnem Stoff ist, aber dennoch blickdicht ist. Habe ich zwar noch nicht angezogen und auf der vorderen Seite hat er so zwei Täschchen. Finde ich auch schon schön. Ich finde, durch die Täschchen... ...wegen dem Kragen. Sieht ihr das? Ich finde das sehr schön. Also ich könnte mir das sehr gut mit grün vorstellen. Würde wirklich sehr schön aussehen. Und das ist aber nicht wirklich ganz so lang. Man könnte das nur... Also ich könnte das nur mit Röcken oder ich könnte das nur mit weiten Hosen anziehen. Wer mich kennt und mir länger folgt, weiß, dass ich sehr, sehr gerne Hoodies anziehe. Kapuzen-Hoodies hier. Und den habe ich jetzt in einem Pastellrosa gekauft. Der ist in einem Crop-Hoodie, so wie ihr es seht. Den würde ich sehr gerne mit Röcken anziehen. Und passend jetzt zu dem kommenden Wetter finde ich das auch ganz schön. Ich denke, der war reduziert, aber ich kann mich nicht genau erinnern, wie viel er gekostet hat. Aber es ist so ein Basic-Teil, was ihr in H&M, glaube ich, andauernd zieht. Ein Tuch. Ich weiß jetzt nicht, was die Maße sind. Ich würde 70x70 oder 60x60 abschätzen. Den könnte ich mir sehr schön auf schwarzer Tasche vorstellen oder auch anders kombiniert. Hier vielleicht auch so kombiniert. Ich weiß es nicht, aber der war so günstig. 1 Euro. Deswegen habe ich mir den besprochen. In einer sehr süßen Farbe und zwar so in einem Altrosa. Man riecht auch, dass es echt Leder ist. Ich fand das sehr schön. Also es ist ganz minimal. Nichts an der Tasche ist spektakulär eigentlich. Nichts in Premium-Qualität steht drauf. Aber genauso wie ihr es seht. Ich finde es schön. Da wird auch wirklich viel reinpassen. Dann sind wir mit der ersten Bestellung fertig. Können wir sofort mit der zweiten Bestellung weitermachen. Einer der Lieblingsteile von meiner Bestellung sind die Maxi-Kleider. Also ich finde die Maxi-Kleider, die ich dieses Mal ergattert habe, finde ich sehr schön günstig und auch sehr schön passend für Sommer. Die Länge, alles irgendwie hat mir sehr gefallen. Und einer dieser Maxi-Kleider, die mir sehr gefallen haben, ist der hier. Ich zeige euch das mal. Und der war auch super günstig. Ich glaube, der hat sogar 14 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre. Das ist hier dieser Maxi-Kleid. Viele auf Instagram haben mich auch gefragt, was ich mache, wenn die Ärmel nicht blickdich sind. Zum Beispiel. Ich lasse mir was von... Dass ihr immer eine Alternative habt, was ihr darunter anziehen könnt. Als Tipp so nebenbei. Ja, das ist hier so ein Maxi-Kleid. Finde ich super schön. Werde ich 100% behalten. Und das werde ich in der Größe... Ich habe mir zwei Größen bestellt, weil ich mir nicht sicher war, welche Größe mir genau passt. Ich werde das in der Größe 34 behalten. Das sind nämlich sehr weite Röcke, also Kleider, die schon relativ groß ausfallen. Das ist hier ein Maxi-Kleid wieder, dessen Stoff mir sehr, sehr gefallen hat. Es ist was Dehnbares, aber ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Der hat so Rillen von oben nach unten. Sieht ganz sportlich aus angezogen. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Ich ziehe gerne sowas mit Streifenoberteilen an. Das sieht für mich schon so sportlich aus, schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt. Oder auch mit ganz normalen weißen Oberteilen finde ich mittlerweile wieder doch gut. Es gab ja eine Zeit, wo das in war, dann wieder out war, dann wieder in ist und so. Aber jeder kann ja für sich selber entscheiden, ob er es mag oder nicht. Ich mag es. Meine Verhältnisse zu lang. Ich habe mir das jetzt in Größe S gekauft. Hätte ich mir aber in Größe XS kaufen sollen. Die haben das hier auch in schwarz, sodass ich mir versuchen werde, den hier auch zu bestellen. Der ist gerade ausverkauft, aber wie gesagt, abends reingehen, dann habt ihr es. Ja. Ich würde mir entweder in XS bestellen, wenn ich den finde, also bekomme, weil der ist ausverkauft. Der hat auch nur 7 Euro gekostet. Wenn nicht, dann werde ich den schneiden lassen und den auch in schwarz kaufen. Zu einem weiteren Pyjama-Kleid. Jetzt nenne ich dieses Kleid hier auch Pyjama-Kleid wegen den Streifen. Mein Mann meinte auch, oh mein Gott, das sieht wie ein Morgenmantel aus. Es hat mir nicht gestanden. Ich habe mir den auch leider etwas zu groß gekauft, in 38. Das, was mir am meisten bei diesem Kleid gestört hat, ist die Länge. Es ist ein bisschen zu kurz. So kurz, sodass man nichts darunter also keine Hose anziehen kann. Zu lang für eine Hose, zu kurz für keine Hose. Deswegen hat mir das nicht gefallen. Es ist ein Wickelkleid in einer sehr, sehr schönen Farbe, finde ich. Blau-Weiß ist wirklich so toll. Aber wie gesagt, hier ist es hier unsere ein Anzugshose. Ich habe das gleiche in schwarz schon gekauft, habe ich zu Hause. Und da es mir so gefallen hat, habe ich es mir jetzt auch in beige gekauft. In der Größe 38. Ihr müsst beachten, der ist extrem von oben geschnitten. So fast von hier sogar. So direkt unter der Brust, sozusagen. Einerseits ist es sehr schön, nämlich es sieht sehr schön aus. Aber für mich ist es etwas blöd, weil ich hier nicht Hosen mit kurzen Oberteilen anziehe. Ich ziehe immer über Hosen lange Sachen an, sodass das eigentlich beim Sitzen und Aufstehen so stört, würde ich mal sagen. Aber aussehen tut es sehr schön. Ich finde es sehr schön. Ich finde die Länge sehr toll. Ich finde das auch schön, wie das so weit geht und nicht sitzt. Das war auch schon das letzte Teil von meinem Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch inspirieren und hoffe auch, dass ihr die Sachen, die euch gefallen habt, auch in den Shops... Das auch schon. Und freut euch auf das nächste Video. Es ist höchstwahrscheinlich ein Modern-Esa-Haul. Aber versprechen möchte ich nicht, weil sonst kann ich es vielleicht nicht halten. Dann bin ich traurig. Ihr seid traurig. Naja. Stopp. Jetzt. Tschüss. Schönen Tag noch.